So, die Profis fangen an und ich bin jetzt sehr gespannt, was die beiden ausgeknobelt haben. Wer fängt an? Maxi fängt an. Okay. So, Maxi Eggestein, der Top-Torschütze des SV Werder an der Torwand. Und wir unterstützen ihn ein bisschen. Ja, nähert sich an. Unter den kritischen Blicken des Bruders. Jawohl. So, jetzt kommt Johannes. Stopp, stopp, stopp. Drei unten von Johannes. Okay. So. Ach so. Danach drei oben. Okay, okay. So. So. Also ich jetzt drei oben. Auch der dritte drin. Auch der dritte. Stopp, 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 stopp. Jetzt kommt unser Herausforderer. Kevin. Also 1-1 zwischen den Brüdern zur Halbzeit. Und jetzt Kevin. Also vorhin hat er wirklich alles getroffen. Es geht jetzt schon wieder richtig gut los. Sechs Treffer an der Torwand gab es übrigens noch nie. Okay, auch heute nicht. Auch heute nicht. Aber 2-1 zur Halbzeit für Kevin. Maxi Eggestein. Drei oben. Und einer noch. Okay. Also alle Chancen für Johannes, das Bruderduell für sich zu entscheiden. Und eine Chance noch. Johannes Eggestein. Oh. Herzlichen Glückwunsch. So. Kevin braucht einen Treffer. Dann hat er das Duell gegen die Eggesteins gewonnen. Und das ist er. Das ist eine Schusstechnik, oder? Kevin. Kommen Sie her. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg an der Torwand. Kevin Feger. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Maxi Eggestein und Johannes Eggestein. Sieg für Johannes im Bruderduell. Hat mich sehr gefreut, dass Sie heute hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Werder Bremen und für Werder Bremen in dieser Saison. Danke. Dankeschön. Die Brüder Eggestein. Glückwunsch nochmal an Kevin. Vielen Dank. Vielen Dank.